Das ist Adrian. Adrian studiert Kommunikationsdesign im vierten Semester an der Hochschule Makromedia. Sein Studium finanzierte aus drei Quellen. Zunächst erhält er 650 Euro aus einem Studienkredit der KfW. Nebenher jobbt Adrian als Fahrer für einen Automobilkonzern und verdient jeden Monat noch 500 Euro dazu. In den Semesterferien auch mal mehr. Von seinen Eltern bekommt er zudem 180 Euro Kindergeld und ein Taschengeld von 170 Euro, also zusammen 350 Euro pro Monat. In Summe hat Adrian so 1.500 Euro pro Monat. Damit kommt er ganz gut zurecht und kann sein Studium und seine Lebenshaltungskosten finanzieren. Und für Partys reicht es auch noch. Ein KfW-Studienkredit ist super, weil ihn jeder bekommen kann, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Adrian hat ganze 25 Jahre Zeit für die Rückzahlung. Der Mindestbeitrag für die Rückzahlung beträgt gerade mal 20 Euro im Monat. Und die Rückzahlung beginnt erst zwei Jahre nach dem Studium, wenn man also schon richtig Geld verdient. Für Adrian eine prima Lösung. Er kann zwar keine großen Sprünge machen, aber er hat eine super Zeit an der Hochschule und kann sich voll auf sein Studium konzentrieren. So hat er später ideale Chancen auf seinen Traumjob mit einem Top-Gehalt. Wir beraten Sie gern zu Ihren individuellen Finanzierungsmöglichkeiten eines privaten Hochschulstudiums.